Willkommen, willkommen, zurück, zurück bei Sniperkurs Barrier 2, Hermlück und der wahrscheinlich letzten Mission. Ja, ja, ja. Ah, Mist. Wir haben keinen Wind? Okay, dann Mist zu. Bewegung, Bewegung, nur bewegen, bewegen. Bist du denn drauf? Ich bin verletzt. Ich habe einen Schuss abgekriegt. Weißt du, was das heißt? Hierher, los! Ja, doch, schrei doch noch ein bisschen rum. Meine Fresse, bist du laut. Du sagst zu uns, wir sollen leise sein, dann schreist du ja rum. Schreien wir uns auf, dann machen wir Medox doppelten Ärger. Ich den Linken, du den Rechten. Na, klasse. Dann wollen wir mal. Das Wichtigste wäre ja eigentlich für mich, dass du mir Bescheid sagst, wenn es Probleme gibt. Wow! Wow! Na komm schon, schieß. Nein! Nicht, wenn ich dich zuerst fiege. Heilige Scheiße. Danke. Du kannst mir den Gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben mich gesehen. Ich stecke fest. Bin unterwegs. Kein Thema. Die machen wir locker platt. Da müssten noch welche sein. Ja, da oben. Der. Und da ist noch einer oben. Wenn das nicht Kohle ist. Okay, ich komme. Ich komme. Ich beeile mich. Kann ich denn einfach hier drüber laufen? Na komm. Wir machen das einfach mal. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Dias! Da oben. Ja, okay. Jetzt habe ich dich gesehen. Du bist gut getarnt. In welchem? Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung, Kohl. Da bist du ja. Diese Fässer? Verdammt! Der hat mich echt getroffen, ne? Der hat mich vorher eingestellt. Der muss seine Position wechseln. Und für Chance. Jetzt weiter geht's. Wir gehen hoch. Dann wollen wir mal hoch. Dias? Du wartest aber auf mich. Wir müssen zu zweit bleiben. Er ist zu gerissen für uns. Verstehst du das? Keine Alleingänge. Warte auf mich. Maddox ist gefährlich. Du sollst warten. Los. Es sind zu viele. Achtung. Ja, ja. Hörst du das? Vorsicht, Scharfschütze-Turm auf 11 Uhr. Ja, stimmt. Shit. Okay. Zweiter Kerl auf 10 Uhr. 10 Uhr. Okay. Auf 1 Uhr ist der nächste. Ja, das ist der. Ah, warte. Ich muss runter. Okay. Sehr gut. Zwei Männer links. Erwisch beide. Beide? Ah. So. Hui lala. Okay. Gut erwischt, oder? Da staunst du was. Dias, Dias. Ist aber scheiße, dass sie die Hilfe jetzt gezeigt haben. Damit wird es ja eigentlich zu leicht. Aber für den Glück ist der Schwierigkeitsgrad ausreichend. Reichte. Komm. Springen drüber und weiter geht es hier. So. Was können wir tun? Wir gehen hoch. Gute Idee. Wo ich da so ein Balanceakt hasse. Okay. Sunnykasten. Drücke F, um dich für den Abschuss festzulegen. F. Wir sehen Maddox nicht. Aber im Hof sind Mörsertrupps positioniert. Wir müssen uns alle erst die Minenwerfer ausschalten. Erstes Mörserteam Entfernung 550 Meter. Ah. Das zweite Mörserteam ist rechts von der Statue. Ja, sehe ich. Dann laden wir mal nach. Schalt die Minenwerfer aus. Ja, ja, mach ich. Wir sitzen fest, solange der Minenwerfer beschoss anhält. Ja, ja, ja. Wo war denn der Rest? Da unten. Ach so, okay. Ach, das mit dem roten Punkt ist scheiße. Scheiße. Und, gibt's noch einen? Ach, der da. Wow. Okay. Haben wir's? Alle Mörser ausgeschaltet. Oh, scheiße, was jetzt? Wer schickt Scharfschützen rein? Habe ich selbst ausgebildet, so wie du das mit mir gemacht hast. So spielt das Schicksal. Wie es dir gehen wird. Auf 12. Auf 12. Auf 12. Da. Ja. Habe ich gesehen. Okay, alles klar. Zwischen den Fersen, 670 Meter. So, bitteschön. Linker Turm, fast 1000 Meter. Ah, warte. Okay, hab ich. Wo noch? Nun, das war eine Scheißshow. Ich habe für nur Zeit, dass der Spaß beginnt. Shit. Bei jedes Scheiß hier. Was von der Seele reden. Bei all den Gesichtern, die du durch den Ziel verabschieden hast, gab es da einen Schuss, den du lieber nicht abgefeuert hättest? Na komm schon. Zeig dich doch. Wir bleiben mal cool. Wow. Knapp. Mist. 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 Ich glaube, das war's für dich, Maddox. Das war's für dich. nicht so weit kommen sollen. Uniform. Razor 3-2. Maddox ist tot. Endgültig. Wir rücken zum Paket vor. Razor. Status bestätigen. Status ist beschissen. Ja, definitiv. Sehr gut gemacht, Captain. Aber Sie sind trotzdem ein Arschloch. Gleichfalls. Was bildet er sich ein? Herr Wheeler. Was ist das? Liegt am schlichten Umgang. So was mach ich nie wieder. Wartet zu Hause irgendjemand auf dich? Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Was für ein Spruch. Auf zur nächsten Vision, oder? Das geht ab. Wow. Das war's. Sniper Ghost Warrior 2. Tja, ihr Lieben. Da haben wir noch die... die Credits. Und jetzt wollte ich bestimmt ein Fazit haben. Was kann ich euch geben? Wie war das Spiel? Eigentlich war das sehr unterhaltsam. Manchmal auch etwas spannend. Aber im Mittel doch zu leicht. Und zu schnell vorbei. Manche Missionen gingen ja wirklich nur eine Viertelstunde. Grafisch toll. Gefällt mir. CryEngine 3. Nur ein Stück Ursaft. Story-technisch, naja. Das Übliche halt, ne? Story-Kost. Aber wirklich ziemlich kurz. Doch, doch nicht kurz. Man könnte das bestimmt auch in vier Stunden wahrscheinlich durchzocken. So wie Homefront. Das machen wir aber nicht. Ich bin nicht unzufrieden damit. Es kostet ja auch nur 39 Euro. Das muss man auch mal so sagen. Dafür ist das alles soweit okay. Ich werde mich demnächst mal in den Multiplayer stürzen. Mal gucken, was das für ein Spaß wird. Ansonsten ein recht durchschnittlicher Shooter halt. Also man hat zum Glück gegenüber dem ersten Teil das weggelassen mit diesen ganzen Front-Einsätzen. Und so weiter. Nee, das ist alles böse. Gute Schleich-Missionen waren dabei. Und ich denke mal, auf Experte ist das eine richtige Herausforderung. Ich glaube, da hat man bestimmt auch so sechs, sieben Stunden zu tun. Weil es dort dann unter Zeitdruck und so weiter. Also da muss man schon ganz anders vorgehen. Ich weiß nicht, ob ich das dann nochmal spiele. Weiß ich nicht. Klingt aber verlockend. Ansonsten lassen wir einfach noch ein bisschen die Graduates laufen. Oder wir lassen sie nicht laufen. Ansonsten das Finale war... Naja... Naja... Sagen wir mal... Ähm... Wie viele Finale... Wie viele, viele Enden sind... Sehr... Naja... Nicht befriedigend. Macht aber nichts. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Für alle, die immer fleißig meine Videos gucken. Für meine Abonnenten, die ständig auf dem Laufenden bleiben wollen. Für den ein oder anderen Facebook-Eintrag, den es gab. Bitte tut mir einen Gefallen. Vergesst nicht, immer die Daumen hoch zu machen. Nur so hat man die Möglichkeit, überhaupt mal gefunden zu werden. Und diese Unterhaltung möchten wir auch andere haben. Und so können wir das mit vielen teilen. Ihr könnt auch gerne mal meine Inhalte teilen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Sniper und Fetzt. Ich freue mich auf den dritten Teil. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Spiel. Was wird das wohl sein? Wir wissen es nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau, tschüss, Herr Lück, hatte Glück, bye.